hallo meine lieben freunde und hier sind wir auch schon wieder mal let's play pflanzen gegen zombies wir waren ja auch letztes mal hier stehen geblieben bei diesem bei level 3 strich 4 wir haben auch letztes mal so mini spiele hier freigeschaltet und da würde ich mal sagen wir schauen sie uns mal an ja da müssen wir noch einige freischalten hier und hier und hier zum botanik nussbowling das hatten wir schon mal gemacht und spielautomat das haben wir noch nicht gemacht aber nur mal zum reinschauen dann fangen wir mal hier beim abenteuer werden so garten von skyrider AP so erstmal hier 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 und zur sicherheit noch das hier also das hier brauchen wir nicht hatte ich nur letztes mal einfach so wie ich weiß erst mal kurz schicken nage kratzchen na ja wir müssen hier ein leckerchen für dich ok so hier kommt noch eins und hier und so diese sonnenblumen haben wir schon mal fertig fertig ok weiter geht's hier ok so weit so gut so so was machen wir danach nächstes ist natürlich ich fasse leider so um das müsste er eigentlich schaffen hier wir werden jetzt halt zusammen für den nächsten von denen hier ich nenne wie es mal da ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das hang doch gerade, oder? das ist aber auch keiner ok das hängt doch gerade die ganze Zeit was soll das? ja, ich glaube es mal ja, wir kennen das ok sieht gut aus ist auch gut aber mir geht nur der 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 das ist ja Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus, aber ich könnte nur hoffen, dass wir das Gehen noch kennen können. Oh, ein Diamant. Oh, der ist schon mal erledigt. Nein, das war nicht geplant. Okay. 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 Ich wollte schon mal erledigt. Das wäre gut. Okay. Äh. Ich wollte schon mal erledigen. Hä? Okay. Mal sehen. Wie läuft es hier noch? Und erstmal hier denn. Ich wollte schon mal erledigen. Sorry, dass ich so ruhig bin. Ich bin grade so konzentriert. werden die klage in der 2 2 3 3 und am Tag auf der Verkürzung also im und 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 die Der wird gleich explodieren. Ah ne, doch nicht. Glaube ich nicht. Ne. Erstmal geht es besser wieder an dem neuen Ballenhof. Oh, Backe. Was ist denn das denn? Wo kommt denn die Musik her? Sieh ich mir irgendwie neu. Oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, so geht es. So leicht geht es. Äh, auf. Okay. Okay. Der Suche so gleich erledigt, der mit dem... Der Eimer-Zombie. Sag ich so aus. Okay. Man kann auch hier im Spiel gar nicht zu viel sagen. Finde ich jedenfalls. Okay. Man kann auch hier im Spiel gar nicht zu viel sagen. Oh. Was war das denn? Hä? Hängt erstmal müß auf. So, der ist zurück. Ja, wir kennen ihn nicht. Ja, wo der... Oh, Backe. Oh, Backe. Nächster Falsch. Okay. Uh oh. Und das ist ja so. Alles ist egal. Weil wir sind nicht umsonst... weil wir sind nicht umsonst... Wenn wir so viel auf Empress mehr. Deswegen... Deswegen... Das ist ja so... So, das ist ja immer mehr. Äh... Mal schauen. jetzt kannst du den Laden von Debbie Dave aufsuchen ey du hast meine Autoschlüssel gefunden weißt du was das bedeutet Debbie Dave's Krimskrabsladen hat wieder geöffnet sieh dich ruhig um vielleicht findest du ja was dir gefällt sorry das ist so ein das ist ein bisschen anstrengend so zu reden so wir haben leider jetzt momentan nicht so genug Geld diese Poolreiniger sind in Levels mit einem Pool eine zusätzliche Verteilungslinie dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus der Auftritt er erhält 3 Levels er erhält 3 Levels ach komm den nehmen wir mal wow mit diesem extra Samenplatz kannst du in jedem Level 9 Pflanzen auswählen das ist praktisch aus 20.000 nächste Level nächstes Level Moment greifst du ich bin irre was greifst du ich bin irre das ist wirklich irre dann das war das ist schon komisch mit diesen Tami manchmal sind die echt witzig witzig wirklich witzig und echt fies Kau Pass auf deine Schienenbeine auf deine Schienenbeine auf das ist damit gemeint hier ist der Rechen, den wir gerade gekocht haben Ok, das ist ein wenig schwer Ok 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 Komm schon Aktiv verwandeln wir eben auch Oh, das war jetzt müssen wir essen Oh, das war jetzt müssen wir essen Das wird jetzt ein bisschen gemein Das wird jetzt ein bisschen gemein Oh, das war jetzt mal Hier Das wird jetzt auch ein wenig 1 1 1 2 2 Schindler. Boi! das war ganz versagt wir haben versagt ach komm wir machen mal ein Minispiel oder ja komm wir holen uns mal den hier und machen ein paar Menüspiele weil da sind diese Dinger dabei äh was machen wir noch so auch Spaß machen wir mal das dabei das ist natürlich mies so 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 Komm schon! So. Da 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 da... Da da da! die 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 mit war am Kopfkratzen ist unglaublich so der ist gleich erledigt Okay. Ja, komm ich. Ah, das ist so knapp. Noch geschafft! Okay. Komm schon! Ja, der ist erledigt. Komm schon, jetzt muss ich ihn fort. So, erledigt. So, das haben wir geschafft. Wir schalten die nämlich frei, indem wir diese Sachen mindestens einmal geschafft haben. Aber erstmal würde ich erstmal sagen, das war's für heute jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr ein Abo oder einen Kommentar gebt. Wie für euch stand das Video hier so war. Dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.